Liebe Videofreunde, oftmals habt ihr in meinen Videos schon die Begoburg gesehen, allerdings immer von unten. Damit ihr auch mal seht, wie es oben an der Burg aussieht und was man da für einen Ausblick hat, habe ich heute mal ein kleines Video gemacht, wo meine ordentliche Spazierfahrt und hat viel Spaß gemacht, weil es belastisch ist. Ich hoffe, es macht euch auch viel Spaß, das Video anzusehen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Achso, die Musik habe ich dort. Wenn das wieder Katastrophe ist, weche ich meine Hände mal in Unschuld, weil irgendwie klappt die Aufnahme von der Mundi. Jetzt weiß ich, dass es daran liegt, dass der Computer jetzt wieder überfordert ist mit der Videobearbeitung. Ich lasse es jetzt einfach mal drinnen und speichere es ab. Wenn das dann doch nichts geworden ist, naja, Pech gehabt. Dann macht den Ton einfach weg. Tschüss, unser Andreas. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.